Es ist mir ein Anliegen, heute hier in Auschwitz zu sein, am Gedenktag für die ermordeten Sinti und Roma. Denn etwas verbindet Juden, Sinti und Roma an diesem Ort. Beides waren Menschen oder Menschen wurden hierher deportiert und wurden umgebracht. Nur deshalb, weil sie Sinti und Roma, beziehungsweise weil sie Juden waren. Beides nur wegen der Herkunft. Das ist etwas, was verbindet, was aber auch zum Ausdruck bringen soll, dass ein solch menschenverachtendes Regime nie wieder aktiv werden darf.